Helmut Radlmeier, aufgewachsen, geboren in Landshut, in der Wolfgangssiedlung, seit knapp 20 Jahren mit meiner Frau, im idyllischen, im Osten der Stadt, in Landshut Aulo. Warum kandidiert Helmut Radlmeier für das Amt des Oberbürgermeisters? Helmut Radlmeier will in seiner Heimatstadt Verantwortung übernehmen, noch mehr Verantwortung übernehmen. Ich bin seit jungen Jahren in der Politik aktiv, über die Schülerunion, Jungeunion, Arbeitskreis, Hochschule und Kultur. Seit 2002 im Landshuter Stadtrat und bin auch seit 2013 bayerischer Landtagsabgeordneter. Für mich ist wichtig, die Stadt Landshut weiter voranzubringen, auch mit den guten Kontakten nach München, zu den Ministerien, zu den Behörden, was für mich das A und O sein wird. Wir haben regionales Konkurrenzdenken, wir müssen uns positionieren, wir müssen uns dem Wettbewerb stellen und das ist für mich das A und O. Zudem ist es wichtig, dass man insgesamt in der Kommunalpolitik Schwerpunkte setzt. Meine Schwerpunkte sind im Bereich der Finanzen und Wirtschaft ein solides Fundament, Spaß am Haushalten, sinnvolle, maßvolle Investitionen, aber auch Rücklagen bilden für Unvorhergesehenes. Und das genau ist der Spagat, den wir hinbekommen wollen, den ich hinbekommen will, denn auf einer soliden finanziellen Basis können wir mit einer starken Wirtschaft Investitionen in die anderen Bereiche vornehmen. Und an diesem Hebel will ich ansetzen. Das zweite wird sein, das Verkehrskonzept. Wir wissen momentan, wie es ums Landshut steht. Wir brauchen im Osten und Westen Umfahrungen, wir brauchen Isarbrücken, ein ganz ein wichtiges Thema. Und zum dritten als Schwerpunktthema Schule, Bildung, das sind die richtigen Investitionen, das Kapital ist dort gut angelegt. Und mit dem Schulentwicklungsplan haben wir schon die ersten Zeichen gesetzt. Schnelles Umsetzen, sprich Haushalt, Wirtschaft, Verkehr und Schule, Bildung.